Wer sind Sie? Ich hab Sie gefunden. Pionis! Gibt man Sie zur Adoption frei? Sie haben überhaupt kein Recht, sich hier aufzuhalten. Wie Glücklein. Wo bleibt denn da die Liebe? Was denkst du? Sie ist cool. Sehen wir uns ähnlich? Diese Unterlagen haben Sie mir geschickt. Mein Name steht nur deshalb da, weil ich dich gefunden habe. Ist das so seltsam, dass ich meine Mutter finden will? Denk daran, dass Gene nicht alles sind. Außerdem sind alle Norweger irgendwie miteinander verwandt. Da gab's nämlich jede Menge Inzucht, oh ja. Wer lässt sein Kind auf dem Klo zurück? Vielleicht finden wir das ja raus. Das war vielleicht ein Schock für Sie, aber das war ja nicht die erste Geburt auf dem Klo. Oh. Ich hab immer gedacht, das wäre eine Zigeunerin gewesen. Wann hast du meine Mutter gekannt? Sie war eine phänomenale Frau. Eine richtig tolle Frau. Sie hat damals Leuten Geld geschuldet, den man besser nicht schuldet. Willst du, als das Mädchen bekannt werden, das ausgesetzt wurde? Ihr könnt ruhig aufhören, euch zu sorgen und zu schämen. Ihr seid nicht meine Eltern. Ohne die Mutter aufzuwachsen, das ist das Beste, das einem Menschen passieren kann. Hilda. Sie hat immer gern Spaß gehabt. Man sieht ihr Gesicht nicht. Ich wünschte, du wärst meine Mutter. Schau hin, einer wie Christian Grey. Mein Gott, du findest aber auch alle Männer sexy. Da hab ich halt Glück. Du findest, du hörst mir. Ich schau nicht mehr. Du findest, du bist. Du bist ja hörst mir. Du findest, du bist ja auch immer mehr. Ich weiß nicht. Vielen Dank.